Hier sprechen wir über die Indexanalyse, dass wir einfach mal schauen, wie kann sich denn ein Index hier entsprechend entwickeln, wo steht er aktuell. Die Analyse soll uns entsprechend dabei helfen, ein Szenario zu planen, wie es entsprechend weitergehen kann. Auch bei diesen Themen, die jetzt in Folge kommen, ist natürlich wichtig, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margen kann zu Verlusten führen. In dem Moment riskieren Sie, Ihr investiertes Kapital auch zu verlieren. Wir sprechen beim Thema Indexanalyse einfach mal darüber, wozu macht man denn eine solche Analyse überhaupt. Man könnte sich ja einfach nur hinsetzen und auf Kaufen oder Verkaufen drücken, weil man gerade ein Signal hat, was am Markt aufgetaucht ist und das war es gewesen. Da sprechen wir, wozu diese Analyse da ist. Dann schauen wir das Thema technische Indexanalyse an und wir überprüfen hier das Thema der Indikatoren, wir überprüfen das Thema der Trendverläufe und wir reden hier über das Thema Kerzenformationen oder auch Kursmuster. Dann geht es um die fundamentale Indexanalyse hier mit dem Fokus auf wirtschaftliche Rahmendaten und Unternehmensmeldungen und dann schauen wir noch auf die Auswirkungen von Kursänderung der Unternehmen. Wozu machen wir denn eine Indexanalyse? Die Indexanalyse machen wir grundsätzlich, um unsere Trades zu planen, um Handelsszenarien zu kreieren sozusagen. Also das, was ich für Sie auch jeden Morgen hier im Blog schreibe, die Chatsituation betrachten und dann Szenarien entwerfen. Und auf einen Index bezogen heißt das, was machen wir hier? Wir bestimmen im ersten Punkt die aktuelle Situation. Also wie ist die momentane Lage? Darauf aufbauend können wir dann entsprechend eine Prognose erstellen und daraus die Identifikation von Handelsszenarien gestalten. Das heißt, hier schauen wir beispielsweise auf Widerstände oder Unterstützungen oder Vortageshoch, Vortagestief, all diese Dinge, die wir aus dem Chart als Information entsprechend auch herausziehen können. Und daraus, aus diesen Dingen, die wir im Chart sehen, können wir dann die Szenarien gestalten. Wir können beispielsweise auch sehen, wo können wir uns absichern. Das heißt, wo liegen Unterstützungen im Markt? Das sind alles wichtige Dinge und wir können durch die, sage ich mal, aktuelle Lagebestimmung oder durch die Situation, die wir momentan auch im Chart haben, feststellen, ob wir kurz vor einem Richtungswechsel stehen. Das heißt, wenn wir eine weit gelaufene Bewegung zum Beispiel haben, könnt ihr eine Korrektur einsetzen. Das wäre ein Richtungswechsel. Oder wir sehen natürlich anhand der Trendgeschichte auch, wann es hier eventuell zu einem Trendwechsel kommen kann. Und all diese Dinge, die dient der Indexanalyse, also hier jetzt beispielsweise auf den DAX, wenn wir uns den DAX mal anschauen, um festzustellen, wann fängt dann möglicherweise eine Korrektur im DAX an, wann gibt es denn möglicherweise einen Trendwechsel im DAX. Und das Ganze können wir auf der einen Seite natürlich durch technische Indikatoren machen. Dazu nutzen wir, wie ich das schon häufiger gezeigt hatte, gleitende Durchschnitte, wie zum Beispiel den EMA oder dem SMA. Wir können Bollinger Bänder benutzen oder auch Ichimoku Charts. Das sind Dinge, die können Sie einfach für sich bestimmen, wie Sie die Chartanalyse auch machen können. Sie können aber auch mit Indikatoren arbeiten, wie zum Beispiel dem MACD, der Ihnen Kauf- und Verkaufindikationen gibt. Oder aber auch den RSI, wo man einfach sieht, haben wir momentan extrem hohe Stärke oder eine Schwäche im Markt, sind wir überkauft oder überverkauft. Diese Indikatoren können unter Umständen dazu dienen, die aktuelle Situation so zu gestalten, dass man sieht, okay, jetzt könnte es hier zu Kursrücksetzern kommen. Es könnte jetzt zu einem starken Aufwärtssignal kommen. Wir können die Märkte so analysieren, dass wir sehen, wie geht das Ganze denn entsprechend hier voran. Wo wird in Zukunft die Musik spielen? Haben wir einen Aufwärtstrend eher vor uns, einen Abwärtstrend? Also all diese Dinge können wir durch Indikatoren, wie sie hier genannt sind, entsprechend auch mit sehen. Weiterhin können wir dann natürlich die technische Analyse anhand von Trendverläufen durchgehen. Wir können die Kerzen im Markt beobachten und sagen, okay, was haben wir denn hier für Formationen? Was bilden sich für Formationen? Da gibt es ja diverse Formationen. Wir haben Seitwärtsphasen, wir haben fallende Abwärtstrendkanäle, wir haben Dreiecke, wir haben Keile, wir haben Flacken, wir haben Wimpel. All diese Dinge, das sind ja Kerzenformationen, die uns bei der richtigen Einordnung in den aktuellen Schadverlauf natürlich hilfreiche Informationen liefern, wie der Markt entsprechend in Zukunft auch reagieren können. Das heißt, wo wir durch diese technischen Signale, die wir hier haben oder durch den technischen Sachverhalt im Chart in die Situation kommen, zu sagen, so könnte es jetzt weitergehen und dann natürlich die entsprechenden Chartmuster oder auch die Kursmuster hier dazu nutzen, um eine Trading-Idee zu gestalten, die wir dann entsprechend umsetzen können. Und damit können wir durch diese technischen Signale herausfinden, wie könnte es denn kurz- oder mittelfristig mit dem Chart hier entsprechend auch weitergehen. Das würde ich Ihnen ganz gerne auch mal in einem Chart zeigen. Ich mache einfach mal ein neues, sauberes Chartfenster für Sie auf. Kleinen Augenblick, wir nehmen mal den DAX, was ja einer der Lieblingsindizes ist. Wir haben ja hier auch schon über den DAX gesprochen in diesem kurzen Teil vom Webinar. Und ich mache Ihnen jetzt einfach einmal hier entsprechend den Titel in einen Chart. Ich muss noch mal kurz ein neues Chartfenster, ein sauberes Chartfenster wählen, dass wir hier einen schönen Markt haben. So, jetzt haben wir hier mal den DAX entsprechend in seinem Tageschart mit vorliegen. Und jetzt lege ich Ihnen einfach mal, wie ich das gesagt hatte, beispielsweise Indikatoren hinein, wo wir hier im Indikatorbereich sehen können, geht es denn aufwärts oder abwärts. Einer der wichtigsten Indikatoren ist der gleitende Durchschnitt. Da können Sie den gleitenden Durchschnitt oder auch die exponentielle Methode wählen. Hier können Sie auch auswählen, ob wir den einfachen, den exponentiellen oder den geglätteten haben. Sie können die Tage einwählen. Und ich nehme jetzt hier einfach mal beispielsweise den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage und lege den hinein. Und hier sehen Sie beispielsweise auch, es gibt ja so diese Regel, wenn ein Markt unter der 200 gleitenden Tagesdurchschnittlinie notiert, ist er eher short gerichtet. Also auf fallende Kurse abgesehen, ist der Üben oben drüber, dann haben wir eher einen Aufwärtstrend. Und anhand dieser Dinge können Sie sehr schön analysieren, wie es hier weiter geht. Und hier sehen Sie ja auch schon, was der Markt gemacht hat. Der ist hier an diese Linie herangelaufen, hat korrigiert und dann liefert drüber und dann war es plötzlich wieder ein aufwärtsgerichteter Markt. Und hier könnte wirklich auch die Prognose gewesen sein oder kann man dann die Prognose stellen, wenn der Markt an so eine Linie heranläuft, dann wird ein Überschreiten zu eher steigenden Kurse führen. Das heißt, da werden dann die Kurspotenziale auf der Oberseite gesucht mit entsprechenden Widerstandsbereichen. Und auf der Unterseite, wenn er unten drunter ist, dann wird eher nach unten hingeschaut, dass diese Linie hier in Bezug bekommt Aufwärtstrend oder Abwärtstrend, also eher steigende oder eher fallende Kurse. Wenn man das dann noch hier beispielsweise, wir hatten das da drüber gesprochen, auch zu dem Thema Trendverläufen hinein nimmt, kann man hier in diesem Bereich auch sagen, wie war denn der Markt gestrickt. Das heißt, wir hatten ja hier in diesem Bereich einen eher etwas abwärts tendierenden Markt gehabt. Das heißt, wir haben hier die Situation gehabt, dass dieser Markt, ich mache mal kurz diese Linie noch in einer anderen Farbe, dass Sie die besser sehen können. So, und etwas dicker, dass wir hier in einem abwärts gerichteten Markt gewesen sind. Das heißt, wir hatten hier einen Abwärtstrend gehabt, der Stück für Stück nach unten auch gelief. Das heißt, wir hatten hier steigende, fallende Hochkurse und fallende Tiefkurse, was ja so klassische Merkmale eines Trends, eines Abwärtstrends sind. Und wenn man diesen Punkt hier mal zusammen nimmt, dann kann man hier entsprechend auch sehen, aha, was ist denn jetzt hier passiert? An dieser Stelle hat sozusagen der Markt hier mit dieser starken Bewegung erst mal das Hoch rausgenommen, hat hier aber noch unter der 200er gleitenden Durchschnittslinie notiert. Das ist ein Fakt. Das heißt, der Markt war hier von der Linie zwar nach unten drunter gerichtet, aber der Markt ist hier schon in Aufwärtstendenz gewesen. Er hat den Abwärtstrend entsprechend gebrochen. Das ist eine spannende Situation, wo man ein Szenario draus machen kann. So, der Markt lief dann hier nach oben, hat korrigiert. Heißt halt, er hat eine starke Bewegung gehabt, hat hier unten korrigiert. Jetzt kam hier an dieser Stelle beispielsweise dieses Umkehrmuster. Und da können wir dann ein Szenario erwirken, dass man einfach sagen kann, okay, wir hatten hier entsprechend eine extrem starke Aufwärtsbewegung bis an die Linie der 200er Tage ran. Der Markt hat hier korrigiert und dann entsprechend an dieser Stelle bei der Chartanalyse eine Umkehrkerze im Markt hinterlassen. Und das ließ dann die Szenarioplanung offen zu sagen, okay, wenn der Markt jetzt hier über diesen Hochpunkt läuft, bildet sich ein Aufwärtstrend. Und schafft er es sogar noch über den 200er Tagesdurchschnitt zu laufen, dann ist der Markt auch wieder in einem langfristig aufwärtsgerichteten Markt. Und das sind Dinge, die können Sie aus der Chartanalyse in der technischen Seite her sehr gut benutzen, um sozusagen eine Grundtendenz, ein Grundszenario zu entwickeln. Das funktioniert auch bei anderen Werten so, aber heute ist ja hier das Thema der Indexanalyse. Also hier das zum Thema der technischen Indikatoren. Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer noch fundamentale Dinge, die in die Entwicklung der Wirtschaft des Index einfließen. Das heißt auch hier, wie bei Einzelaktien oder anderen Dingen, die Sie analysieren, es gibt immer die technische Situation und die fundamentale Sache, wo wir auch die Entwicklung eines Indizes ablesen können, beziehungsweise Tendenzen entwickeln können. Hier bei der fundamentalen Analyse läuft das Ganze anhand wirtschaftlicher Rahmendaten, wie zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt, der Geschäftsklimaindex, Arbeitsmarktdaten oder aber auch Unternehmensdaten, wie zum Beispiel Quartalsberichte, das Thema Gewinnerwartungen oder auch Analystenratings. Das sind Dinge, das sind wirtschaftliche Rahmendaten, die eher in die fundamentale Schiene gehören. Und das, liebe Zuschauer, sind Dinge, da können Sie anhand dieser Daten auch sehen, wie sich der Markt entwickelt, wie er entsprechend reagiert. Deswegen schauen wir hier auch in den morgendlichen Briefings sozusagen immer auf die Dinge, die daherkommen in der aktuellen Tagesnachrichtenlage, um hier zu sehen, wie reagiert denn auch der Markt entsprechend darauf. Das heißt hier in diesem Punkt können wir halt die Indexanalyse so gestalten, dass wir durch die Marktdaten, die wir hier entsprechend auch bekommen, dass wir hier ganz klar den Markt entsprechend scannen nach den Mustern, die wir hier aus diesen wirtschaftlichen Rahmendaten auch mit haben. Und dann gibt es hier noch das Thema Fundamentalanalyse anhand des sogenannten Sentimentindex. Der Sentimentindex, das ist ein Index, der wird jede Woche veröffentlicht. Den finden Sie unter Umständen, nein nicht unter Umständen, den finden Sie relativ einfach auf der Seite www.sentix.de. Und da sehen Sie hier, da ist auch die Beschreibung, was das ist. Das heißt der Sendex oder der Sentimentindex stellt ganz einfach die Markterwartungen der Anleger auf Sicht von einem Monat dar. Das heißt, wie sind denn die Privatanleger momentan drauf, wie reagieren sie? Und das finden Sie hier, wenn Sie auf diese Seite schauen, da möchte ich jetzt nicht zu intensiv mit drauf gehen. Schauen Sie sich das mal an. Sie finden hier den Sentimentindex und der hat interessante Geschichten zu liefern. Und zwar nutze ich diese Informationen sehr, sehr gerne in ihren Extremen. Und zwar, wenn der Markt extrem bullisch ist, das heißt alle gekauft haben, alle wie verrückt kaufen, dann stelle ich mir natürlich die Frage, wenn jetzt alle schon gekauft haben, wer soll denn weiter kaufen, um die Kurse nach oben zu bringen? Das sind dann Punkte, wo wir häufig kurze Kursrücksetzer sehen. Umgekehrt, wenn alle total bärisch sind, also alle verkauft haben, dann stelle ich mir die Frage, wer soll denn jetzt noch verkaufen? Das heißt, wenn keine Verkäufer mehr da sind, was soll denn dann die Preise noch nach unten drücken? Es gibt natürlich immer extreme Ausnahmen, aber im Normalfall ist das ein Bild. Das heißt, in diesen Situationen haben wir eher die Lage, jetzt kommen wieder Käufer rein. Das führt dann am Extrempunkt wieder zu kurzfristig steigenden Kursen. Das gibt uns der Sentix. Hier können Sie regelmäßig drauf schauen. Das wird hier wöchentlich, hier unten steht es auch noch, der Rhythmus ist wöchentlich, wird das Ganze veröffentlicht. Und damit können Sie diese Information auch jede Woche für Ihr Trading entsprechend mit nutzen. Also, wir schauen hier rein und dann, wenn wir dieses Thema der Fundamentaldaten mit hineingelegt haben, dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie lässt sich denn aus diesen Daten, die wir gerade haben, von der fundamentalen Seite, hier entsprechend eine Prognose erstellen, wie es im Index weitergehen könnte. Und da schauen wir mal auf das Thema Indexzusammensetzung und Gewichtung. Weil der Index ist ja entsprechend aus einzelnen Aktien zusammengesetzt und diese einzelnen Aktien sind natürlich im Index auch noch unterschiedlich gewichtet. Das heißt, wir haben im DAX 30 Werte mit unterschiedlichen Gewichtungen. Und die Einzelgewichtung kann hier die Index-Performance kurzfristig sehr, sehr stark auch beeinflussen. Wenn wir sogar Branchengewichtungen innerhalb eines Indizes haben, zum Beispiel Banken oder Automobile, die in einem Index in mehreren verschiedenen Werten sozusagen enthalten sind, dann kann auch die Beeinflussung der Branche entsprechend den Index beeinflussen. Das heißt, eine Einzelaktie hat durchaus das Potenzial, bei starken Kursbewegungen den Index mal kurzfristig zu beeinflussen. Wenn wir eine gesamte Branche haben, die sich zum Beispiel sehr stark nach oben entwickelt, dann hat das sehr große Auswirkungen auf den Gesamtindex, weil natürlich nicht nur eine Einzelaktie hier nach oben läuft, sondern eine Gesamtbranche und die zieht dann den Index auch mit nach oben. Und das hier beispielsweise mal auf den Bankensektor bezogen, steigende Zinsen stützen den Bankensektor. Wenn die Banken dadurch ansteigen und wir haben mehrere Banken im DAX, dann könnte das positiv für die Entwicklung im DAX sein. Thema Auto. Wir haben ja auch einiges an Autos im DAX drinnen, also nicht an Autos, sondern an Unternehmen, die damit zu tun haben. Wenn die jetzt beispielsweise die Autoverkäufer stark wachsen, dann werden mehr Autos produziert, es werden mehr Teile benötigt. Das heißt, der gesamte Autozulieferersektor und der Autoherstellersektor wächst. Dann kann das positive Unterstützung für den DAX bedeuten. Das sind Dinge, die können Sie zur Beeinflussung des Index bzw. der Indexentwicklung im Research beachten. Wo Sie dann entsprechend den Markt gewichten können, wenn es jetzt gut läuft. Dann sehen Sie eine Gewichtung, eine hohe Gewichtung schützt den DAX, könnte den DAX nach oben schieben. Und da schauen wir einfach mal auf das Thema Aktienpreise. Machen hier den Indexkurs. Ich habe hier mal bei Wikipedia für Sie das einfach rausgenommen, wie der Index zusammengesetzt ist. Der regelt sich oder der ändert sich ja auch immer wieder einmal. Das habe ich, wie schon gesagt, für Sie in der Vorbereitung einfach mal aus dem entsprechenden Wikipedia-Eintrag herausgenommen. Sie können das Ganze aber auch auf jeder vernünftigen Seite finanznachrichten.de, finanzen.net, Sie können auf OnVista gucken. Also es gibt sehr, sehr viele Seiten für den deutschen und europäischen Markt, wo Sie diese Indizes gut gliedern können. Für den US-Markt können Sie das Ganze auch nutzen. Da können Sie beispielsweise auf Finwitz schauen, welche Werte im S&P 500 oder im Dow drin sind. Also diese Dinge können Sie nutzen. Dann schauen Sie, wie die Branchen sind, wie die Indexgewichtung ist. Und da sehen Sie jetzt hier beispielsweise, wir haben ja im DAX, hatte ich ja gesagt, das Thema Auto mit drin. Und schauen Sie mal, wir haben alleine hier in dieser Grafik 1, 2, 3, 4, wenn ich das jetzt schnell sehe, 4 Werte drinnen, die entsprechend mit dem Autosektor zu tun haben. Und wenn der Autosektor hier jetzt stark nach oben läuft, dann schauen Sie sich mal die Indexgewichtung an. Wir haben hier im Endeffekt die Autoproduktion, was haben wir hier überschlagen, was mal kurz, 2, 4, 5, was haben wir hier, 5, 12 und dann haben wir noch ein 13. Jetzt mal grob über den Daumen, 13% sind in dieser Branche drin. Und wenn die gesamte Branche stark steigt, dann hat diese Gewichtung im DAX natürlich einen stärker starken Einfluss darauf, wie sich der DAX kurz- und mittelfristig entwickelt. Geht es nach oben in der gesamten Branche, schiebt das den DAX an, geht es nach unten in der gesamten Branche, dann zieht das den DAX nach unten. Das Ganze mal gesehen, wenn Sie mal schauen, die Allianz beispielsweise oder wo haben wir es hier unten noch, SAP oder Siemens, die haben natürlich sehr hohe Einzelgewichtung, mit 8 bis 9% ist das natürlich eine ganze Menge. Und wenn jetzt eine Siemens oder eine SAP beispielsweise mal stark nachgibt, ich mache mal ein klassisches Beispiel, wenn so eine Aktie aus irgendwelchen Gründen um 10% sinkt und im DAX mit 9% gewichtet ist, dann hat das natürlich einen sehr, sehr starken kurzfristigen Einfluss auf die Entwicklung vom Index. Und das sind Dinge, da können Sie im Research gute Arbeit leisten und sich durch die fundamentalen Daten hier ein sehr, sehr schönes Bild machen, wie es im DAX an dieser Stelle hier entsprechend auch weitergehen kann. So viel an dieser Stelle zu der Situation, wie Sie einen Index auch entwickeln kann. An dieser Stelle danke ich Ihnen auch für Ihre Aufmerksamkeit hier in diesem Bereich. Ich wünsche Ihnen gute Trades und gutes Gelingen, wenn Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich einfach hier an Tickmill. Sie können mich auch dort entsprechend persönlich erreichen auf der Website von Tickmill.